Es gibt eine Ausführung von SAP AribaSnap, die sich speziell an mittelständische Unternehmen richtet. Damit haben sie die Möglichkeit, vorkonfigurierte Kaufregeln anzuwenden. Die Lösung ist cloudbasiert und wird somit nicht über ihren Server verwaltet. Zu Beginn des Projekts schauen wir uns an, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Arthos hilft Ihnen bei der Erfüllung dieser Voraussetzungen. Wir können die Lösung innerhalb von zwölf Wochen implementieren. Und dann wird Ihre Lösung kontinuierlich erweitert. Vierteljährlich kommen neue Funktionen dazu. Sie ist wirklich innovativ, intuitiv und benutzerfreundlich. Die Hauptnutzer müssen natürlich geschult werden. Für die Endnutzer ist es sehr leicht zu lernen. Außerdem ist es möglich, zur Vollversion zu wechseln. Ariba bietet eine nahtlose Kommunikation zwischen allen internen Stakeholdern. Dahinter steckt ein regelbasierter Bestellprozess. Sie wählen einen Lieferanten. Dann entscheiden Sie, wer für die Freigabe in den Bestellprozess involviert werden muss. Beim automatisierten Bestellprozess kommunizieren Sie mit Ihren Lieferanten direkt und ganz ohne Unterbrechungen im Kommunikationsprozess. Die Bestätigung einer rechtzeitigen Lieferung seitens Ihres Lieferanten trägt zu einem großartigen Nutzererlebnis bei. Jetzt kann jeder Nutzer direkt bestellen und dabei den Bestell- und Rechnungsprozess beschleunigen.